Musik So Leute, wir haben heute was Besonderes. Wir sind nämlich heute zum Fernsehen eingeladen. Wieder mal. Wieder mal bei der Pferderennbahn. Und wie ihr seht, bauen die gerade hinter uns alles auf. Jetzt mal angucken. Nach der Produzent. Wir sind jetzt fertig. Wir hatten gerade unseren Auftritt. Und jetzt fahren wir gleich nach Hause. Unsere Sachen liegen alle hier. Und es wird alles eingepackt. Und ja, das Programm heißt Maximo Espectacular. Und ja, da werden wir wahrscheinlich jetzt Samstag auftreten. Weil wir haben sozusagen voraufgenommen. Also jetzt wird aufgenommen und wird dann erst ausgesendet am Samstag. Okay. Dann würde ich sagen sehen wir uns am Montag jeder. Haut rein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.